hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge separate ways mit unserer ich glaube wir stellen uns noch einmal flinten und hier wieder bevor wir weiterziehen was so als nächstes kommt okay es ist aber auch keine Noten nö, na gut Luis, unser Abschied muss warten Lauf nur, ich krieg dich Leon, ich hab nicht viel Zeit, also hör gut zu sie haben deine Freundin auf den Urturm gebracht, beeil dich, dann schaffst du es vielleicht bevor es zu spät ist ach, du bist also doch nicht herzlos, ich schätze ich sollte mich bedanken ja, stimmt gut, jetzt zu Krauser oh nein, ich muss also auch noch gegen Krauser ran ich war so glücklich, dass der tot ist der war jetzt nicht mein Lieblingsgegner gar nicht wie ist er so schnell da hingekommen irgendetwas die ist die die Ich bin jetzt hier alles so Okay, andermal da kann ich eigentlich hätte vielleicht beide herstellen sollen ob ich das rezept eigentlich das rezept gar nicht ja kommen ja kommen das tut wenn man das nochmal der nächste echt ist immer eine freude dich zu sehen die arbeit ruft dreien wistadarus besiegen wer auch immer die sind ich habe nur die feinste ware im angebot ich kaufe fast alles ein hervorragender deal was wollte ich jetzt kaufen deine kasse das rezept die entscheidung sollte dir leicht fallen die informationen sind heutzutage eine wahre besser zu gut vorbereitet habe ich ja ich komme gleich wieder chill mal bruder chill mal so herstellen wo stehe ich dir mit den kleinen her zwei tück gewehrmoney haben wir eigentlich genug oder ich denke nein das wollte ich nicht da wollte ich hin ich habe hier noch sprengen ungewöhnlich ungewöhnlich ich habe keine mehr von tun kann ich mir nicht leisten ok was hast du denn noch meine waren sind in einem top zustand das versichere ich nichts was ich mir leisten kann nachleidegeschwindigkeit eine gut eingestellte waffe kompensiert mangelndes können fremde ich habe keine lust auf grausam ich habe keine lust auf grausam die 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 . . . . ...debrus, debrus, 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 debrus... ...sangre, sangre, 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 sangre... Gloria a las plagas, gloria a las plagas, gloria... No, gloria a las plagas... ...herstellen jetzt... Wir brauchen 10, ne? Wir waren nicht sicher... ...ja... ...schade, schade, schade... ...auf die 4... Okay, schön, wenn mal so einen Raum... ...dinn und leise geht... ...so, ich glaube, da gab es auch nur... ...haha, keine... ...seitliche... ...Lücke, um die so zu erwischen... ...natürlich haben sie mich gesehen... ...natürlich haben sie mich gesehen... ...jetzt folgen sie nicht... ...der eine ist doch runtergesprungen... Komm schon. Erwischt. Geht, kann man da wieder? Geht, kann man da. Oh. Oh, that's it. Ist da noch einer hinter mir? Okay. Moment. Da ist ein Schatz. Da ist der Händler, da ist ein Schatz. Der ist einfach verrückt hier. Moment. Okay. Bin ich da runter? Ja, da war ich ja noch. Ne, hier war ich. Okay. 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 So, da ist wieder der Händler. Und hier ist unser Ziel. Moment. Ja. Dann verkaufen wir den mit, den wir eben durch tun. Jo. Wir brauchten aber 30. Ich weiß noch nicht, ob es sich lohnt. Öffnissen anzupassen. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob sich der Schad noch auf die Sprengung auswirkt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das haben wir komplett in Schaden da auch. Ich glaube, ich mach da nicht mit dem Armbust. Neben Voraussetzung. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde. 13, eigentlich noch 7. 12, 8. So oder so. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, eins kann ich noch machen. Du solltest du übers Tunen nachdenken. Ich denke, ich mache... Hier, wie du es haben wolltest. So, hast du jetzt noch mal was Gutes? Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ne. Stirb mir da draußen nicht weg. Nehmen wir uns 16 Schuss. Die Angus nehmen wir weiterhin mit. Die 2. Komm, ich verkaufe die beiden noch. Ja, ich platze im Inventar. Benutzt die eigentlich eh nicht. Die haue ich jetzt auch aus. Die MP-Munition halte ich immer noch. Da immer noch Hoffnung. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Fremde. Probier mal, ob es passt. Während ich halte die Augen nach Waren offen, die du gebrauchen könntest. Okay. Weiter geht's. Ja, wir haben immer noch Kumpel Krauser. Ja, noch was. So, jetzt können wir nochmal Beile herstellen. Und insgesamt sieben Pfeile. Gut eingesetzt könnten die uns. Da habe ich den hinterhalten. Ich dachte, der wackelt zurück. Nicht schon wieder. Was denn? Ah. Das waren zwei Schüsse zu viel. Was? Dann gib mir dein Schild. Oh, da kommt wieder einer. Und da oben steht auch noch einer. Was ist der Ton? Ne. Ach, wie soll ich denn? Komm schon. Das ist wieder viel zu teuer hier. Aber ich weiß auch nicht, warum ich immer das gehe jetzt nicht. Einfach nicht. Irgendwie schon, ne? Der Grund ist da noch da. Ist die Warme, ey, da? Was ist denn so schnell? Ja. Natürlich. Weißt du was? Ich will nicht sein. Komm, gib mich das bitte auf. Tschüss, blöd Mann. Kannst du da unten alleine rumschlängeln. Ja, hab ich gesehen. Ich will doch nur mal nach unten gucken, ob da leid ist. Und jetzt kommt er. Seines Freundiners, Lamont. Ashley! Leon! Nicht Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ ihnen seine Gnade zuteil werden. Doch... Sie sind... Gut so. Beschäftige ihn noch ein bisschen. Ich will mir die Kampfgeräusche jetzt hören. Das war auch mieser, gern. Dem will ich mich gar nicht erinnern. Dieses blöde Treppenhaus da. Ich weiß noch nicht, warum ich jetzt Krauser folge. Ach ja, weil er den Bernstein hat. Wo eigentlich? Wie läuft's? Krauser ist im Besitz des Bernsteins. Und wieder enttäuscht du mich? Ich hole ihn zurück. Keine Sorge. Das hoffe ich. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Verstanden. Der Klient ist König. Das muss man sich aber auch nur oft genug einreden, ne? Oh, ich kann mal speichern. Dann machen wir das. Das ist schon sein Grundarm, ne? Das muss man sich an. Das muss man sich an. Oh, hier sind noch mehr. Die haben sich schon da plappern und brabbeln. Ja, ja. Lieber La Plaga. Du machst das auch nicht mehr eine Waffe. Also, die können ja nichts dafür. Die sind infiziert worden. Sind Krauser und Ada nicht alte Freunde? Ich hab keine Ahnung, wer die sich kennen. Wahrscheinlich aus dem Öl-Generys oder so. Das sieht nicht gut aus. Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, oh. Wer fährt denn mit dem Auto weg? What? Das war doch noch. Ach, Brot. Verdammt. Brot. Jetzt kommt Leon. Das war's. 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 Bis zu sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.